Artreisen besteht aus zwei Teile, das Harz und der Härte. Das gute daran ist, dass es ein Mischverhältnis von 1 zu 1 hat. Das heißt, dass man die gleichen Mengen von beiden benötigt. Aber wie viel braucht man überhaupt? Kein Problem, Artreisen hat online für euch einen Rechner. So funktioniert es. Zuerst messt euer Stück. Natürlich funktioniert der Rechner auch in Zentimeter. Danach finden sie den Rechner auf der Artreisen-Webseite unter Quicklinks als Resin Calculator. Zuletzt einfach eure Abmessungen eingeben und auf Calculate drücken. Der Rechner sagt ihnen vor, wie viel Artreisen ihr benötigt und auch welches Kit ihr braucht. Artreisen härtet zu einer Dichte von 3 mm. Die vorgeschlagenen Mengen des Rechners werden mit diesen 3 mm berechnet. Falls ihr mehrere 3 mm dicke Schichten wollt, werdet ihr mehr Artreisen brauchen. Ein kleiner Tipp. Es ist immer besser zu viel zu haben, als nicht genügend.